Kapitel 55 Wo kommst du her? Kurz vor Lucias Abreise hatte ihr Vater ihrem Bruder und sie noch zu sich gerufen. Sie hatte eigentlich angenommen, dass er sie auf dem Hof verabschieden wollte, so wie er es immer tat. Aber da irrte sie sich wohl und sie vermutete, dass ihr Vater etwas Wichtiges mit ihnen beiden besprechen wollte. Es stellte sich heraus, dass sie richtig lag, als ihr Vater mit einem kleinen Bündel in den Armen den Raum betrat. Sie blieb sitzen, während Spurius aufsprang und aufgeregt fragte, »Bei Herkules, was ist das? Vater, war das der Grund für deine Heimlichtuerei? Oh, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Bitte sein Junge, bitte sein Junge, bitte sein Junge,« flüsterte er. Manchmal verstand Lucia wirklich nicht, warum er ihren Vater nicht einfach erst mal zu Wort kommen ließ. »Das Spurius ist, wie du vermutlich auch schon erkannt hast, ein Kind. Und nein, das ist keine neue Schwester, wenn du das gemeint hast.« Spurius stöhnte in Frustration und ließ sich wieder auf seinen Schemel plumpsen. »Sie ist gestern Abend zu mir gebracht worden. Sie wurde am Waldrand gefunden und von ihrem Aussehen her wird sie ein Dreivierteljahr alt sein. Ich werde auf sie aufpassen, bis ihre Eltern gefunden wurden,« erklärte Lucius. »Ich könnte dir dabei helfen,« bot Lucia an. »Nein, Lucia, du konzentrierst dich lieber auf dich selbst. Wir hoffen außerdem, dass wir die Eltern bald finden können.« Er schaute auf das leise glucksende Mädchen in seinen Armen und hoffte insgeheim, dass sie nicht schon wieder niesen würde. Apollo und er hatten schnell festgestellt, dass es sich bei den Mädchen um eine Triade handelte. Das verkleinerte zwar den Kreis der Möglichkeiten, die ihre Eltern sein konnten, verhinderte aber auch, dass Lucius bei der Suche helfen konnte. Er hatte zwar bereits Kontakt mit Göttern gehabt, aber Apollo hatte ihm erklärt, dass Lucius nicht von sich aus mit ihnen agieren konnte. Darüber entschieden die Unsterblichen selbst. Somit musste sich Apollo alleine auf die Suche begeben und genau in diesem Moment war er damit beschäftigt. »Vermisst irgendwer hier eine neugeborene Triade? Ich habe sie gestern im Wald gefunden. Gehört sie zu jemandem hier?« schrie Apollo über die Menge in der großen Halle des Olymps. Die meisten der Anwesenden hatten ihn gehört. Einige flüsterten miteinander. Einige schüttelten die Köpfe, aber keiner meldete sich. Apollo stieg ein wenig enttäuscht von seinem Stuhl herunter, wieder neben seine Schwester. »Wäre ja auch zu einfach gewesen«, sagte Diana. Apollo nickte. »Es stimmte. Es wäre wirklich zu einfach gewesen, wenn sich ein Elternteil direkt beim ersten Versuch gefunden hätte. Aber er hatte gehofft. »Was hast du jetzt vor?« fragte seine Zwillingsschwester. »Zu den Triaden gehen. Und zu den anderen Nymphen. Du weißt, dass sie sich mehr oder weniger über unsere gesamten Gebiete hin aufhalten? Das wird viel Arbeit.« »Natürlich. Aber ich wünsche der kleinen Maus, dass sie mit ihren Eltern aufwachsen kann. Lucius und ich haben zwar schon abgesprochen, dass wir uns um sie kümmern werden, falls sich niemand finden lässt. Aber ich glaube, leibliche Eltern zu haben, wäre doch ein wenig schöner.« »Na gut. Ich werde meine Jägerin aussenden. Lass uns die Gebiete aufteilen und wir können mit Sicherheit dann schnell alles absuchen.« Diana klopfte ihrem Bruder aufmunternd auf den Rücken. »Ich bin sicher, mehr Kur wird auch helfen. Vielleicht könnte er sich in der Unterwelt umhören. So gemein es auch klingen mag. Aber wenn sie tot sein sollten, wüssten wir es dann schneller.« Apollo sah immer noch ein wenig bestürzt zu Boden, als sie die Halle verließen. »Na schön. Was ist los?« Diana verschränkte die Arme vor der Brust und blieb vor ihrem Bruder stehen. Er nestete an seiner Kette herum. »Wäre es botshaft von mir zu sagen, dass ich hoffe, dass wir ihre Eltern nicht finden?« Ah, das war es also. Sie dachte einen Moment nach. Sie war gewandt mit dem Bogen und mit Wäldern und ihren Tieren, aber Wörter waren nicht so ihre Stärke. »Ich glaube nicht. Es ist nicht nett von dir, aber auch nicht boshaft. Du bekommst die Möglichkeit, ein Kind zu haben und das mehr oder weniger sogar mit dem Mann, den du liebst und willst nicht, dass es dir vor der Nase weggeschnappt wird. Ich glaube, das ist normal. Ich möchte nur, dass du bedenkst, dass du sie ihren Eltern zurückgeben müssen wirst. Solange du das tust, denke ich nicht, dass deine Gedanken boshaft sind, sondern eher hoffnungsvoll.« Diana hatte lange nicht mehr so viele Worte hintereinander gesprochen. »Gut, ich werde das bedenken. Danke. Und Apollo hatte bemerkenswert wenig gesprochen. Aber gut, der würde schon wieder werden. Die Suche begann für Apollo in der unmittelbaren Nähe dessen, wo er die kleine Triade gefunden hatte. Er tarnte sich als Dorfbewohner und durchforstete das Dorf nach Hinweisen, aber nichts. Danach begann er, den nahegelegenen Wald zu durchkämmen. Es war schwierig. Zum einen, weil Nymphen meist ohnehin nicht gut zu finden waren. Entweder verschmolzen sie so sehr mit der Natur, dass man sie nicht bemerkt, oder sie waren so scheu, dass sie kaum jemand zu Gesicht bekamen. Zum anderen hatte er leider dann auch noch einen ziemlich schlechten Ruf bei ihnen. Er schaffte es, mit einigen Eschendriaden zu sprechen, doch sie wussten nichts. Wenn man tiefer in den Wald hineinging, entdeckte man überall winzige Wasserläufer, die sich später zur Größeren ausbildeten und alle von einem See mit einer Quelle stammten. Dort fand Apollo auch einige. Er war mittlerweile sehr froh über die Unterstützung, die ihm Diana und Merkur entgegenbrachten. Nach einem halben Tag hatte er erst sechs Nymphen aufgefunden und für seine Verhältnisse war das schon fast unmöglich langsam. Einmal war eine von den Jägerinnen auf einer Hirschkuh bei ihm vorbeigekommen und hatte berichtet, dass auch ihre Suche bislang erfolglos war. Sie hatte sich nach dem Zwischenstand bei ihm erkundigt, dann war sie nach Empfang der Information, dass auch bei ihm die Suche noch nichts ergeben hatte, wieder zurück zu Diana und ihrem Gebiet. Als die Sonne schon beinahe unterging und Apollo sich langsam auf den Weg nach Rom machen wollte, entdeckte er etwas Auffälliges. Er war eher ziellos durch den Wald gelaufen, in der Hoffnung, etwas zu finden und nun befanden sich zu seiner Rechten einige Büsche. Normalerweise wären sie ihm vielleicht nicht aufgefallen, aber diese hatten genau dieselbe rötlichen Blüten, wie sie das kleine Mädchen zuvor genießt hatte. Er bahnte sich einen Weg durch das Gebüsch und bald traf er auf eine zierliche junge Frau. Die sah ihn mit großen Augen an. Augen, die er meinte wiederzuerkennen. Sie hockte auf dem Boden und war augenscheinlich gerade dabei, etwas aus Binsen zu flechten. Ob es der Beginn eines Korbes oder ein Kranz war, wusste Apollo nicht. Er hockte sich zu ihr herunter, um auf Augenhöhe mit ihr zu sein. Sie hatte noch kein Wort gesprochen, ihm stattdessen nur angesehen. Hallo, mein Name ist Apollo, ich bin auf der Suche nach jemandem und vielleicht könntest du mir weiterhelfen? Sie nickte schnell. Danke, ich bin auf der Suche nach den Eltern eines Mädchens, das ich am Rand des Waldes gefunden habe. Es ist eine Triade und ihre Blüten sehen so aus wie deine hier. Er gestikulierte in Richtung der Blüten, die in ihren Haaren sprossen. Weißt du etwas darüber? Die junge Frau senkte den Kopf und Tränen traten in ihre Augen. Es tut mir so leid, sagte sie leiser. Ich, ich wollte sie nicht. Ich weiß, das ist so, ich sollte nicht, aber ich konnte sie nicht behalten. Ich glaube nicht, dass ich mich um sie kümmern könnte und es tut mir so leid. Sie schluchzte nun. Apollo hätte sie gerne getröstet, aber er traute sich nicht, näher an sie heranzukommen. Er wollte sie nicht noch weiter verschrecken. Sie erzählte weiter und aus den Bruchstücken, die er verstand, konnte er entnehmen, dass sie misshandelt worden war. Sie wollte ihre Tochter nicht umbringen, aber sie konnte sie auch nicht behalten. Deshalb hatte sie gehofft, dass jemand aus dem Dorf das Mädchen finden und es aufziehen wollte. Ich wollte euch damit nicht zur Last fallen, Herr Apollo. Es tut mir leid. Er wusste, dass sie die Wahrheit sprach. Es ist schon gut, ich habe sie ja gefunden. Sag, hättest du etwas dagegen, wenn ich sie aufnehme? Ich habe bereits Gefallen an ihr gefunden und würde mich über eine süße Tochter freuen. Gerade ist sie bei meinem Geliebten, der sich ebenfalls darüber freuen würde. Außerdem hat er schon drei Töchter, so hätte sie große Schwestern, von denen sie auch lernen kann. Er wagte es noch nicht, das Wort Verlobter in den Mund zu nehmen. Kurz drehte er abwesend an dem Ring an seinem Finger. Die Triade sah ihn mit großen Augen an. Das würdet ihr tun, Herr? Apollo lachte. Natürlich, sie ist ein sehr niedliches Mädchen, ich würde nichts lieber tun. Die Triade nickte. Dann bitte, ich weiß, dass ihr gut für sie sorgen werdet und ihr habt meine tiefste Dankbarkeit dafür. Nein, ich habe zu danken. Apollo verabschiedete sich und lief mit leichten Schritten nach oben zurück. Bis zum nächsten Mal.